Ausländische Serienvergewaltiger laufen Freihagen. In Wien sollen 17 Mitglieder einer Multikultur-Rating-Bande ein erst zwölfjähriges Mädchen monatelang vergewaltigt haben. Nun sitzt sie auf freiem Fuß und gefährdet dank der schwarz-grünen Kuscheljustiz die Sicherheit heimischer Familien. Ihr Opfer muss damit rechnen, den notmaßlichen Schwerverbrechern jederzeit zu begegnen. Auch in Graz gibt es fast täglich Meldungen über Vorfälle mit Asylan. Opferschutz geht vor Täterschutz. Die Täter müssen endlich die volle Härte des Gesetzes spüren. Reicht diese Härte nicht aus, dann braucht es eine Senkung des Strafalters auf zwölf Jahre und die sofortige Uhr auch. Linkslinke reden gern von Schutzbedürftigen und meinen damit Illegale, die Österreich Asyl fordern. Wenn ich von Schutzbedürftigen rede, dann rede ich vom Schutz, auf den die eigene Bevölkerung ein Recht hat. Dem Schutz von Frauen und Kindern vor Übergriffen.